Ich höff da jetzt auch mal was hin, ne, kann ja nicht wahr sein, ja. So, das riech ich mal hier durch. Ich bin Arzt. Wer entdeckt da? Der geht hier nicht in Deckung. Der ist schon abgehauen, schlauerweise. Komm mal hier rechts rum. Da ist nur einer. Kann man grünes Kraut abschlucken? Oder wo ist der? Über uns wahrscheinlich? Ich würde, ne, der ist unter uns bestimmt. Oder unter uns. Lass mal erst hier in den Räumen noch gucken. Als Hilfespräger habe ich voll benutzt, ich habe aber auch nicht. Munition könnt ihr aufheben. Da kommen wir her, oder? Ja. Sitzen die da unten? Ne, da drüben, genau von der anderen Seite. Headshot. Ich renne da mal hin, ich kann mir nur tarnen. Was soll das denn? Oh, you're lucky, what? MP. Boah, du Scheiße, wurde der zerfetzt, ey. Der wurde in Unterhausen zerfetzt. Krank. Komm mal hier weiter. Du kannst dich hier auch hinsetzen. Und hier sind zwei grüne Kräuter in der Ecke. Ja, du brauchst eins davon. Naja. Bleib jetzt mal hier getarnt. Weg doch. What the fuck? Steck den Köpfchen mal raus. Boah, schön. War immer, das war aber schön. Ey, 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 ey. Chris Lucha. Hier liegt nur immer rum. Waffen. Sonst was? Muniz, ne, hier in der Ecke ist Erste Hilfe. Kann ich nicht noch nehmen. Weil du hast voll, ne? Ich hab voll. Ich hab noch nichts benutzt. Ich will erlegen, sagt du nichts benutzt. Wirklich nur im äußerst Notfall. Ja. Hier geht's weiter. Das erstmal noch runtergucken, also unten gucken. Wir fahren unten übrigens schon. Ja? Ja, sicher. Vergangen von unten, ne? Ja, ja. Dann das Weitergehen. Hier war aber ne Tür. Hier ist ein Computer. Wo? Aber den kannst du hier benutzen. Mehrere. Alles klar, wir gehen weiter. Weiter. War da gerade drinnen, da war nix. Ja, dann mal weiter. Warte. Oh, hinter der Tür direkt zurück ist. Warte, 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 ich mach ne Granatenschap. Du mach's offen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, da steht da nur zwei. Boah. Ey, gerade stand in da ne Hölle. Ja, das Spezialkommando muss die fertig gemacht haben. Da ist Antivirus-Spray. Woll ich nicht. Oh, ich hab dem ne Wunde zugefügt. Ja, wenn die so leuchten, sind die im Blutrausch. Bäm. Zombie down. Tja. Gute Sache. So, jetzt gucken wir erstmal, ob hier nochmal rumliegt. Boah, ich mag Vector, der ist cool, ey. Hier ist ein Spray. Wo ist ein Spray? Da ist ein Spray. Da war ein Virus-Spray. Ja, ja. Da kann er mal ja nur eintragen. Ansonsten war da, glaube ich, nix, oder? Ne. Ne, dann können wir durch die Tür gehen. Warten. Nein, hier ist gar nix. Gegnern. Ey, erstmal mal trinken. Guck mal. Doch, da hinter der Tür sind welche. Ja. Hier, Soda-Drinks. Hier ist fast Werbung gemacht. Hier. Na, da sind ein paar. Ich verstehe halt aber trotzdem noch nicht mit diesem Anritzen und die Zombie stürzen einen auf den drauf. Weil da passiert irgendwie nix. Doch, die laufen zu denen. Sieht aus wie Nikolais Team. Komm raus, komm raus. Die sind alles Zombies. Ja, ja. Die wurden dir ja angezeigt. Oh, könnte Spaß machen, aber wir haben eine Mist hier. Warte. Ey, ich kann auf die drauf fahren. Siehst du, die werden alle angezeigt. Bestimmt, wenn wir da hinten irgendwas machen an den Server. Ja, aber wir sollen die kaputt schießen. Ja, lass uns so erstmal auf die drauf schießen. Hier, ich stehe doch direkt vor einem. Ey, wieder nix passiert. Das ist doch mies, ey. Genau, ist ja recht, Pistole benutzen. Server ausschalten. Beweise vernichten. Moment. Das ist der letzte. Warte. Ich wechsle schon mal zur Pumpkan. 100 EP. Okay, hier in der Ecke ist ein Antivirus-Spray. Freue ich nicht. Lass uns am besten in diese Ecke hin. Ja, meinst du? Hm. Ja, hier sind aber... Ja, hier hinten in diese Ecke rein. Okay, dann schieße die letzte Server an. Jetzt steh sie auf. Geht zum Aktenraum und beendet den Auftrag. Ah, doch nicht. Doch. Miese kleine Zombie-Ratten. Lass dir die weg, kümmere dich gar nicht um die, ey. Zack. Bam. Shotgun for the win, ey. Die einfach nur zerplatzen. Bam. Oh, hinter mir. Fuck. Nice. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Pop. Ja, war schon geil. Granate. Noch eine Granate. Da ist noch eine Granate. Jetzt Munition, die ich dringend gebrauchen kann. Hier in der Ecke. Kannst du wieder so einen Koffer, da kannst du auffüllen. Hier ist ein Laptop. Hab ich grad schon gemacht, die Daten. Keine Information. Eine hätte ich, glaub ich, grad gehabt, ne? Ja, dann komm mal weiter. Warst du aufgefüllt hier? Ja, ja. Kann ich aber nochmal machen. Ich hab grad nur von so einem Haufen genommen. Ja, was hier drin? Ne, da war man grad. Ja, von der Kamen. Von der Kamen war. Das ist nur verbunden, die Räume. Oh, oh, es wird dunkel. Noch sieht man das auf dem Radar, wenn irgendwas kommt. Jetzt gleich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Die ist verriegelt. Die auch. Bis wir da. Okay, die öffnen. Shit, hopp. Kamen wir nicht von hier irgendwie? Ja, sollen wir doch alles kaputt gemacht. Das sind bestimmt wieder Wonders hin. Sind irgendwelche Türen auf mysteriöse Weise bestimmt nicht mehr verriegelt? Ja, wahrscheinlich. So ich die so. Okay. Spannende Musik. Links. Und da oben sind die Dings. Schießt am besten da hinten einen an. Wie viel Framerate droppt. Ich will mich als einer von denen verwandeln. Oh, die haben mich unterbrochen. Oh, da. Ja, wenn du so ein Finisher-Move machst, kannst du unterbrochen werden. Oh, die hat mich geheilt. Framerate's Arsch. Boah, der rennt die voll in die Granate. Ja, Headshot. Fuck, ich wollte die Granatentyp wechseln, ey. Achtung. Du darfst sie nicht auf die Weste schießen, das bringt mal voll nix. Wie sollen wir da durchkommen? Einer muss denn ja mal ein bisschen zu nahe kommen hier. Ich hab hier einen Datensatz gefunden. Mein Gott, die soll nicht ewig da vor mir rumrennen. Hallo, Rainer Headshotter, da wie du gesehen. Einer von denen. Boah. Ich hab den voll umgenügt. Jo, Meg, komm noch mehr. Da hinten noch irgendwas bei dir? Da ansitze? Hm, nee. Hier in dem Raum? Ich guck mal, warte. Da ist ein Gegner. Boah, wie lange ich jetzt verkleidet war, alter. Granate bei dir. Boah, der hat gesessen. Oh, miesen, ey. Kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, ein bisschen. Vorsicht! Granate! Ich kann mir doch sicher wieder verkleiden. Aber bei dem einen ist auch nicht wirklich fertig. Fertig. Hier ist nur ein Datensatz irgendwo. Hier. Haste? Gut, dann weiter. Gucken wir mal hier kurz rum. Nein. Und hier ist noch ein Datensatz. Fö, warte, du. Ich kam da nie durch, ey, und ich parofant, oder was? Nein, nein, nein. Ja, wir kam ja quasi auch von hier, ne, so. Oh, irgendwo ist ein Zombie? Ja, ja, ich hab gesehen. Ist da jemand am Karten? Ja, ist der Hilfe. Frischerwisch. Die haben sich eingeschlossen, haben wahrscheinlich kein Klopapier mehr. Hier liegt noch ein Datensatz. Wo war der denn gerade, der Typ? Nein. Es ist egal, machen wir einfach weiter. Da liegt sowieso nichts mehr. Na. Und? Das ist der Aktenraum. Gut, jetzt finden die Beweise und zerstört sie. Dann mal ran an die Arbeit. Die Beweise, halt, verbrennen wir sie. Wir sollen die verbrennen. Munition auffüllen, hier. Da. In Flammen aufgegangen. Wo? Leuchtet er sowieso. Und hier vorne war so ne Dings, ne? Äh, Munitionskiste wieder. Wir müssen noch drei Pläne zerstören. Warte, bevor ihr alle zerstört, ne? Hier sind noch ne Menge Datensätze drin. Als nächstes einen hab ich grad schon mal gesehen. Halb so wild. Oh, man kann sich ja so lustig drehen. Wozu soll das denn gut sein? So, warte. So. Das war so. Damit du schneller wen wegschießen kannst. Wenn du so unzingelt bist, so bäm, 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 bäm. Äh, kann gut sein. Man kann sich auch so, kann man sich auch wieder so drehen? Wie in Resident Evil 5? Ja. Ich hab' hier jetzt gemacht. Das geht auf jeden Fall. Wir sind irgendwelche Dinger. Wird da mal draufschießen? Ne, die soll zu verbrennen mit A. Nein, das da. What the fuck? Ja, das ist Min, klar. Ja, wenn die durchschreiten, dann explodieren die Dinger. Dann schieße ich die mal lieber weg, ha? Hier in der Mitte war noch eins davon von diesem Teil. Da. Da kann man noch anbrennen. Okay, nur zwei. Bestimmt da hinten irgendwo noch. Guck mal, die Minen zeigte mir nicht als Gefahrenquelle an. Der ist so blöd. Hm? Der ist so blöd, ihr alle. Ich hab' jetzt gedacht, dein Strahl hier wär. Ja, so ne Miene. Hier ist noch ein Plan. Einer noch. Da hinten bestimmt in der Ecke. Ja, ich hab' ihn gesehen. Zentrale, die Beweise im Rathaus sind vernichtet. Weg her! Diese Biester bleiben nicht ewig da drin. Die bleiben nicht ewig da drin. Warte. Gib mich Flasche Wodka. Ja. Wladimir, was hast du getan, hast du Wodka leer getrunken? Ja, hab' ich. Ja, hab' ich. Datensatz. Mein versammelig ist fleißig Datensitze. Ne, freundlich. Ne, freundlich. Ne, dann gehen wir mal runter. Da, hier ist ganz viel Munition. Ja, ich hab' Munition. Oh, hier ist alles, also hier gibt's alles drin. Ja, Munition, da ist's. Brandgranate. Hab' schon mal Datensitze. Hier ist ein Antivirenspray. Oh, die kann ich geboren. Jetzt erst die Hilfenspray. Na boah. Splittergranate. Spray hab' ich. Fertig. Munition. Blablabla. Das ist eine riesige Kiste. Was ist mit der? Diese hier? Ja. Munition. Oder?